Und herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung mit dem Sachsen-Netzplay. Wir gucken uns die Nieder-Ess-Schach-Mappen an. Nieder-Ess-Schach, wenn man das so ausspricht, wenn ich verteilt mir, habe ich noch nie gehört, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ja, würde ich mal sagen, quatsch mal nicht so viel, sondern starten das. Herzlich willkommen auf der Nieder-Ess-Schach-Mapp. Hört sich an wie Essenschacht. Egal. Hier erwartet sie ein kleines, idylliges Train oder Terrain, je nachdem, dass auf sie gewirtschaftet wird, zu werden. Da die Kaufpreise der Felder niedrig liegen pro Hektort oder von seinen Schauten, haben wir die Möglichkeit, den kleinen Hof in den Hof zu gründen und die Wirtschaft besser zu verwalten. Ein großer Danke an alle Mutter, deren Objekte ich verbaut habe und an Marcel101, äh, 110, der mich tatkräftig unterstützt hat. Viel Spaß, MFG, Android. Gut, checken wir das mal. Werden wir hier schon mal in eine kleine, idyllische Stadt reingeworfen. Das sieht vollkommen in Ordnung aus, aber wir gucken uns erst mal das Fortmenü an. Ja, alles klar, die Map ist noch nicht ganz ausgebaut. Worte oder Stand sind in der Beschreibung drin, da kann ich allerdings nur zustimmen. Das ist also etwas eher für kleinere Bauern. Trotz all dem haben wir hier schon 18 Felder. Sieht eigentlich ganz recht in Ordnung aus. Gucken wir uns mal hier etwas um. Da kommen wir auch hier schon zu unserem Hof, beziehungsweise auch direkt zum Landmaschinenhändler. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wir haben auch hier gleich mal eine beträchtliche Anzahl voller Startgeräte. Also hier könnt ihr auch schon mal definitiv richtig gut loslegen. Hier sind ja Trecker im Überschwung, da sogar ein Bierzelt. Steigen wir mal in den Trecker ein. Und fahren etwas um die Map. Ist jetzt nicht allzu groß, aber ja, auf den ersten Blick auf jeden Fall doch schon sehr idyllisch. Mal gucken, was uns hier alles für Überraschungen erwartet oder halt auch nicht erwartet. Aber doch, ich lasse mich mal positiv überraschen. So. Wo machen wir uns ja erst lang. Machen wir auch erstmal hier lang. Dann rammeln wir mal hier durch die Ulmerstadt. Äh, ja. Mal kurz gucken, wo es jetzt hier dementsprechend weitergeht. Ah, hier bin ich. Jetzt kann ich hier runterfahren. Ja, wo kommen wir denn hier mal am bescheidensten langfahren? Hier hinten? Nee, da wäre... Ach, hier vorne ist einfach mal rechts rum. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr idyllisch aus. Gucken, ob es auch hier KI-Verkehr gibt. Ach, hier hinten endet die Straße. Okay. Alles klar, befinde ich mich hier. Na, dann fahren wir gleich mal direkt hier hoch. Haben wir schon mal eine kleine Anhöhe. Verkehrszeichen sind auch gut gesetzt. Mais haben wir hier. Das Feld müssen wir uns trotz allem kaufen. Okay, ist auch keine schlechte Idee. Ja, ein schöner Feldweg. Ein paar schöne Lorbeerenblättern. Dann haben wir hier... Ich steige einfach mal aus. Das macht das Ganze ein bisschen authentischer. Anscheinend, das ist eine Waage. Könnte eine Waage sein. Eine BGA. Ja, logisch. BGA, zwei Silos dafür. Die sind dafür aber sehr weit in die Länge gezogen. Von daher auch recht nice. Mal gucken, was uns hier in der Richtung Norden weiter so erwartet. Alles voller Laubeeren hier. Ja, die... Er muss Petersilie rauchen. Ja, selbst gegen Depressionen. Insider. So, ja, hier haben wir links jetzt noch ein Feld. Gucken wir uns jetzt hier dieser Feldweg noch so überall schön hinführt. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Kann man eigentlich nicht meckern. Hier haben wir noch ein kleineres Feld. Hier haben wir noch ein etwas größeres Feld, was auch schon gesehen ist. Mit Mais. Äh, Quatsch. Mit Weizen. Auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall auch nicht standortgemäß hier so drei Quadratgehalten. Sondern wir haben schon mal ein paar Ecken und ein paar Kanten. Ja, das ist auch hier das letzte Feld. Dann endet das Ganze auch schon hier. Nicht so groß, nicht so klein, würde ich mal sagen. Perfekt oder ideal, eher gesagt. Das ist schon perfekt in dieser Welt. Und dann fahren wir mal Richtung Süden. Und dann mal zu gucken, was da noch alles steht. Auch doch, Idylle wird doch hier schon ganz gut groß geschrieben. Mal gucken, ob es dann hier auch noch Verkehr gibt. Finde ich, ist das ja wirklich die reinste Idylle. So, mal wieder hier an den Lorbeerenplanung vorbei. Da haben wir definitiv nur noch 1, 2, 3, 4 Felder. Insgesamt da, also... Ja, die 18 Felder sind eigentlich auf einer Klinfläche recht gut aufgeteilt. Ach, ja, bis ich das Schild mitgenommen, tut mir leid. Aber nach KI-Verkehr sieht es hier beim besten Willen doch nicht so aus. Eine Wiese haben wir auf jeden Fall schon mal da. Beziehungsweise mehrere Wiesen. Hier drüben haben wir auch noch 1, 2, 3, 4 Felder. Ja, also eigentlich von jedem, äh was? Noch ein Feldweg. Mal gucken, wo uns hier die Straße weiter hinführt. Wir sind noch ein paar Schilder umgekippt, wie ich das sehe. Gut, das ist nicht schön. Ja, allzu schön ist das leider nicht hier. Also Bäume mitten auf der Straße stellen? Ich weiß nicht, weil... Dann kommen wir ja im Endeffekt einfach hier hinter und da haben wir... Ja, sagen wir mal undichtes, unfertiges Train. Wüste. Jo. Da haben wir noch Wüste. Das hätte man ein bisschen besser abschotten können, mein guter. Aber ansonsten, ja gut. Kann man ja auch mal verzeihen. Dann brechen wir noch mal in den Feldweg und gucken uns noch die anderen Felder an. Und dann ist es das im Endeffekt mit der Mod-Vorstellung, äh Map-Vorstellung. Tut mir leid, ich bin noch so sehr in dem Mods drin. Auch schon wieder gewesen. Komm, tut tut. Aber an sich, wie gesagt, eine schöne, schöne chillische Sache, wenn man das mal so nennen darf. Weitläufig gewesen, viele Felder, also viele kleine Felder, dicht beieinander. Ja, warum eigentlich nicht? Für Faule und Kleinbauer so eine ideale Mischung, sagen wir es mal so, ja. Die Fertigbackbrötchen der Landwirtschaft, ja. Ja, und dann war es das dann hier in dem Sinne auch schon. Also an sich eine schöne Map. Gibt's nix zu meckern. Gut, in dem Sinne wollt ihr euch die Map downloaden. Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt hier sehen, es lädt hier alles ohne Probleme. Ähm, ja gut, das ist ohne Probleme. Wir haben hier ein paar Texturfehler. Oder größtenteils nur Texturfehler, was hier angemacht wird. Edit Home. Könnte vielleicht ein PNG gewesen sein. Haben, ja, ich bin immer so vorderlich, wenn ich sage, ist es fehlerfrei. Tut mir leid, wenn ich das revidieren muss. Also wir haben UV-Fehler und Texturfehler mit drin. Ja, äh, falls euch das aber trotz all dem nicht stört, ich muss es ja trotz all dem erwähnen, könnt ihr euch ja die Map gerne downloaden, beim Motor bedanken, beziehungsweise ihnen halt Verbesserungsvorschläge oder besser ist noch eure Hilfe dementsprechend anbieten. Was hier, was er halt in der V2 besser machen soll, beziehungsweise wie er die Fehler rauskriegt. Und ja, schon ist die V2 dann eine schöne Sache. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.